Prank und leise arbeiten. Prank und leise, aber schnell. Leise, du! Nehmen wir laut. Nehmen wir laut. Schnell, und wenn du schon fertig warst, machst du schon daheim. Du gehst mir auch in einer Firma. Schau, die Leute zurückkriegen, das mag ich schon gar nicht. Schau, ich bin ja nicht so, aber man kriegt die Fachleute. FH haben sie alle in den Firmen hingegangen. Sehen Sie, das geht den ganzen Tag. Also, ich brauch eine Palette mal um, zwei Kisten Bier und ein Stauern-Tschick. Das ist die Grundausstattung, dass ich mal den Tag aufhange. Bis zum Mittag habe ich ja schon drei Promille. Da ist mir dann wurscht, ob ich das schief oder gerade mache. Mein Alte, haben Sie das auch gesehen? Also, sonst so, eh, aber den Rest, der ist natürlich auch ein ganz Kapitel. Mit der wird man auch nicht fertig. Da wird ein paar Stück viel früher fertig. Weil mein Alte ist ja wie eine chinesische Gasheizung. Jeden Tag eine andere Störung. Man glaubt's nicht. Also, wenn du hinten aufhangst, kannst du die Pfuren gleich wieder weitermachen. Du wirst nie fertig. Also, ich krieg halt eigentlich einen Friedensnobelpreis und ich müsse halt mal eine Althaus sanieren. Was ich da schon reingesteckt hab, bei der. Ja, da reiß ich drei mit den Fenster raus. Da will ich Geld an den Tisch nullen. Was dich schluckt, ja, schon auch. Bis zum nächsten Mal.